Es ist das beste Leben, wenn du mit Freunden den Moment genießt. Die beste Zeit verbringen, wenn Silvia kommt. Catch me if you can, I'm falling deeper, deeper. Catch me if you can, I'm running further, further. Don't fall me, won't you take my hand, I'll give you all I am. Nothing's gonna hold me back, my heart is... Ja, grüßt euch zur heutigen Sendung. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind heute im wunderschönen Tirol unterwegs. Es ist ein herrlich verschneiter Wintertag. Es geht zum Skifahren auf dem Patscher-Kofel und dann sind wir im Stubaital unterwegs. Und da besuchen wir eine regionale Produzentin, die hat sich ganz der Wachtel verschrieben. Wachteleier, Wachtelfleisch, also alles rund um die Wachtel. Und dann wird natürlich auch gekocht. Ein junger Koch kocht für uns gleich zwei Rezepte. Es gibt eine Erbsensuppe und dann zweierlei von der Wachtel. Da freue ich mich sehr drauf. Aber als allererstes schaue ich mir mal die Pfarrkirche in Neustift im Stubaital an. Die ist wunderschön von innen. Durch frisch gefallenen Schnee stapfe ich zur Pfarrkirche von Neustift. Hier überrascht das opulente Innere der Kirche die Besucher. Es ist schon beeindruckend diese Pfarrkirche in Neustift im Stubaital. Wenn man sie vor außen sieht, dann macht sie eher einen schlichten und geradlinigen Eindruck. Wenn man dann in das Innere kommt, da tut sich richtig viel. Also Barock, Rokoko sieht man. Und was für eine Dorfkirche besonders außergewöhnlich ist, das ist dieser dreijochige Saalbau. Also diese drei Kuppeln, die man da findet. In der Mitte ein wunderschönes Bild über das Pfingstfest. Und was interessant ist, diese Kirche ist erbaut worden nach Plänen des berühmten geistlichen, aber auch Kirchenerbauers Franz de Paula Penz. Toller Name. Und seine Kirchen findet man übrigens in ganz Tirol. Was man noch sagen kann, ist, dass man an den Decken Werke von wirklich bekannten Meistern findet. Und hinten jetzt der Altar, da sieht man korinthische Säulen. Und zwar so wie es gehört. Sie wissen vielleicht noch aus der Schulzeit, es gibt diese klassische Säulenordnung, fünf verschiedene. Das sind die toskanischen, dorischen, ionischen, korinthischen und komposite Säulenordnung. Und hier sieht man sehr schöne korinthische Säulen. Die haben unten so ein kleines Blätterwerk und dann oben diese schönen Hörner. Und bei den ionischen Säulen hätte man eben nur diese Hörner. Und wir lassen sie jetzt ein bisschen mit den Bildern dieser tollen Pfarrkirche alleine. Ist übrigens geweiht dem heiligen Georg. Noch ein klein wenig möchte ich hier verweilen und die Ruhe genießen. Bevor es durch die wunderschöne Winterlandschaft zum Untersillerhof ins Stubaital geht. Hier hat Anita Siller ein wahres Paradies für ihre gefiederten Freunde geschaffen. Ich habe an vielen Orten schon Interviews geführt, aber noch nicht in einem Wachtelparadies. Wo sind wir da? Wir sind am Untersillerhof in unserer Wachtelstube. Das ist die Tiroler Wachtel, das ist unsere eigene Zucht. Und das ist schon unsere Interpretation, wie sich eine Wachtel wohlfühlen kann. Das spricht, wir sind jetzt im Winter, da ist die Türe geschlossen. Dafür haben wir einen Sonnenlicht-Simulator oben ins und Infrarot-Wärme-Paneele, dass sie auch die richtige Temperatur haben. Und im Sommer kann man die ganze Front aufschieben und dann können sie raus ins Freie. Das ist ja ein richtiges Luxus-Dumme-Ziel, oder? Ja, genau. Es steckt viel Arbeit dahinter. Auch zum Schauen, dass sie jetzt eben so ganz ungestört sind. Zwischendurch sind sie bei den Füßen rum. Also da sind sie uns gewöhnt, dass wir Leute da rein haben. Das ist ja meine Beobachtungsbank, wo ich viele, viele Stunden bereits verbracht habe. Erzähl, du sitzt dann da und was? Ich will ja nicht sagen, wir sind jetzt nicht allein wegen dir da rein, sondern es hat einen Grund. Nein, ich beobachte sie einfach. Ich schaue, was sie sich verhalten, was sie brauchen, damit sie genug Versteckmöglichkeiten haben. Wir sind schon die Gruppe untereinander, da laufen ja auch Herren mit. Also ich bin ja hauptsächlich ein Frauenfreund, das heißt hauptsächlich haben wir nur Frauen bei unserem Betrieb als Mitarbeiterinnen. Okay. Und halt ausreichend Männer, damit es halt passt, dass die Harmonie da ist, dass der Zickenterror nicht überhand nimmt. Gibt es einen Zickenterror bei den Wachteln? Ja, gibt es. Ja, genau. Und das braucht man einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl und Erfahrung. Jetzt ist ja so, ich habe schon Hasen gestreichelt, ich bin mit Lamas wandern gegangen, ich habe Kuhstelle ausgemistet, aber ich habe noch niemals eine Wachtel auf dem Schoß gehabt. Kannst du mir da den Wunsch erfüllen? Ja, natürlich. Sehr gerne. Greift man da einfach zu oder gibt es da... Ja, eigentlich einfach von oben sanft zugreifen. Also die darf sich jetzt sehr gut eignen. Da, das ist eine von den Superladies. Die haben extrem starke Füße. Das heißt, wenn sie jetzt auf deinen Schoß durchschauen, dann kann es sein, dass sie wegspringen. Aber wir haben da jetzt schon ein Luxus-Entspannungsmenü. Jetzt hört doch auf, das sind Sprossen. Genau. Dann haben wir irgendwelche Larven, oder? Ja, genau. Insekten waren natürlich die natürlichste Art, wie sie die Wachteln im Endeffekt ernähren würden. Und im Winter, damit man auch... Also was sie im Sommer halt draußen haben, die lieben halt einfach grüne Sachen. Und im Winter, die man einfach Sprossen vorkeimen, ganz normal am Fensterpankl. Und das ist einfach auch da ein ausreichender... Ja, ist ein bisschen Spiel, ist Beschäftigung und natürlich auch Vitamin-Kick im Winter. Du, warum Wachteln? Wie bist du auf das gekommen? Ja, ich komme auf Wachteln. Also ich bin ein extremer Genussmensch. Und ich wollte eigentlich immer eine regionale Alternative haben. Also nicht, dass... Wir haben ein kulinarisches Schlaraffenland und ich gehe extrem gerne sehr gut essen. Und war von Anfang an begeistert vom Wachtel ein und auch vom Fleisch. Und wenn man sich dann anschaut, wie das produziert wird in Europa, dann denke ich, das muss bei uns im Betrieb möglich sein. Also wir haben eine Berglage, wir haben Hanglage, wir haben nicht viel Platz. Und die Wachteln, Gott sei Dank, braucht ja nicht viel Platz. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, rechne sie einmal aus. Und dann ist da zwei Jahre eigentlich theoretische Vorlaufzeit entstanden. Und er hat gesagt, ja, wenn du meinst, dann probier. Also solange ich ihn seine Kühe nicht wegnehme, ist für ihn alles in Ordnung. Also ihr habt da eine klare Trennung. Genau. Also du machst die Wachteln und er macht... Ja, er ist der Stallbusche schon mittlerweile für alles, muss man ehrlich sagen. Also er hilft ja ganz, ganz brav mit. Und ja, es geht ja nur gemeinsam. Es geht ja nur beim Bade komplett dahinter stehen. Auch die Gastronomie im Stubaital hat sich der Wachtel verschrieben. Der Stubayerhof in Neustift kreiert kulinarische Highlights rund um das regionale Produkt. Kochen darf ich heute mit Andreas Egger. Mein Gastgeber öffnet sogar seine Privatküche für uns. Ich habe da von der Anita ein bisschen was mitgebracht. Die Wachteleier, die Wachtel selber. Was machen wir jetzt? Wir machen da jetzt zweierlei von der Wachtel. Okay. Mit einem Pastinaken-Karottenpüree, Speckbohnenbündel und einem Rosmarin-Gü. Genau. Jetzt hör auf, da hast du nicht wenig vorgenommen. Mit was fangen wir an? Am allerlängsten dauert uns das Püree. Da würde ich jetzt einfach bitten, Karotten, Pastinaken und Kartoffeln in den Topf ein zu tun. Mit Wasser? Genau, mit Wasser aufgießen. Du, Kartoffeln, Pastinaken finde ich, ist so ein bisschen, mit denen arbeitet man eigentlich selten. Obwohl es so was Gutes ist. Ja, die Pastinaken ist eigentlich in Vergessenheit geraten gewesen in der letzten Zeit. Das ist so ein Urgemüse eigentlich. Und eigentlich ein ganz tolles Gemüse, eine gute Süße hat und passt eigentlich perfekt dazu. Und genau, mit denen ein bisschen Salz rein, kochen das ganz weich. Jetzt haben wir den Herd auch langsam unter Kontrolle. Jawohl. Da muss man es einmal salzen. Das macht das Seine, ja? Genau. Währenddessen nehme ich mich um die Speckfisolen an. Dazu bissfest gekochte Fisolen in Speckwickeln. Du, was hast du da für grüne Zauberei vorbereitet? Aha. Und zwar werden wir da das Wacht gleich richtig zur Geltung bringen. Das haben wir da schon vorgekocht. Und da machen wir als nächstes dann gleich einen Bröselteig. Und da kann ich jetzt eh gleich schon ein bisschen durchstarten nebenbei. Ja, wir sind ja schon neugierig. Da haben wir jetzt einfach einmal die Brösel mit ganz viel Petersilie, die Petersilie abgezupft vom Stängel, in den Mixer geben. Ganz fest durchgemixt, bis alles schön vermischt ist. Das geben wir jetzt da rein. Dann ein Ei. Zur Bindung ein bisschen vor dem Ganzen. Ein bisschen Senf. Dann tun wir noch ein bisschen Pfeffer rein. Und ein Salz. Und eigentlich gar nicht mehr, weil wir wollen ja den Geschmack von der Petersilie haben. Und das Ganze tun wir jetzt einfach mit den Händen gut vermengen. Da kann man ruhig mit den Händen eingehen, weil da hat man dann einfach das Gefühl, ob die Konsistenz passt. Neben dir ist in der Karaffe da ein bisschen eine Sahne. Magst du mir da gerade einen kleinen Schuss rein? Ja. Das passt gut zu. Dankeschön. Da eben an sich, die Masse passt genau gut zu. Und dann wäre der Teig eigentlich schon fertig, oder? Ja, genau. Sag einmal. Wir haben den nämlich einmal schon vorbereitet. Genau. Der ist glaube ich kalt gestört worden, oder? Eine Zeit lang. Der war jetzt zwei Stunden im Kühlschrank. Und da werden wir jetzt einfach ungefähr ein Viertel von dem Teig nehmen. Mhm. Einmal für dich und einmal für mich. Mhm. Und jetzt? Und jetzt werden wir uns das da ein bisschen plattdrucken. Jeweils ein Wachtelei mit der Masse umschließen. Und so hat man halt einfach aus einfache Produkte, die man überall kriegt, gleich einfach ein bisschen was Netteres dran gemacht. Ah, cool ist das. Und ich denke mir, das wird dann schön ausschauen, wenn man es aufschneidet, dann in der Mitte ist das ein. Nun die zarten Wachtelbrüstchen mit Salz und Pfeffer würzen. Und auf der Hautseite in Butter goldbraun anbraten. In der Zwischenzeit habe ich da die Pellchen. Da haben wir einfach noch gehackte Mandeln, wo wir die drinnen wälzen. Das kann man machen, wer es mag. Muss man aber nicht. So, jetzt drehe ich. Ah, schau, so muss das sein, oder? So geht das gut. Ja, perfekt. Mh. Dann noch ein bisschen Butter rein. Genau, dann eben Rosmarin, Thymian ein bisschen. Mit der Butter die Wachtelbrüstchen immer wieder arrossieren und anschließend bei 75 Grad ca. 8 Minuten im Backrohr rasten lassen. In der Zwischenzeit prasseln die Speckfisolen vielversprechend in einer Pfanne. Nebenbei mixt Andreas das weichgekochte Karottenpastinakengemüse. In der Zwischenzeit haben wir eben unsere Pellchen, wo wir das Ei eingepackt haben. Angerichtet wird alles zusammen auf einem Teller. Ein wunderbares Farbenspiel. Und dazu noch etwas Jus. Fertig. Jetzt probierst du gerade einmal das gebackene Ei. Gebackene Ei. Jawohl. Und da kommt die Petersilie richtig gut raus. Mh. 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 Hast du da jetzt nur Petersilie reingeben von den Kräutern? Ausschließlich, ja. Aber wir können da auch alles, was halt gerade im Garten... Da kann man, was man noch übrig hat. Da aber bitte nicht sparen, weil sonst kriegt man die schöne Farbe nicht zusammen. Super. Ja. So und wie ist jetzt dieses Mini-Wartelchen? Eigentlich würde ich so nehmen und so... Ja. Aber das dürfen wir nicht. Mit die Roller schon. Auf jeden Fall. Mh. 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 Mit Adrian macht das Skifahren so richtig Spaß. Sportlich gibt er das Tempo vor und ich versuche mitzuhalten. Das powert so richtig schön aus und macht hungrig. Als Belohnung für mein sportliches Durchhaltevermögen gibt es eine köstliche warme Suppe von Andreas Egger für mich. Es ist so lustig, dass sie bei euch heute wirklich alles um die Wachtel dreht. Ich war jetzt gerade Skifahren und es ist kalt und wir machen jetzt eine ordentliche Suppe. Was machen wir? Wir machen heute eine Erbsencremesuppe, eben auch mit der Wachtel von Anita als Einlage quasi. Ein bisschen Wachtelfleisch haben wir noch in Würfel dazu und ein bisschen Wurzelgemüse. Sie steinigen uns jetzt bitte nicht, dass wir nur Wachtel machen. Sie können natürlich auch Händel nehmen, man kann eine Butte nehmen dafür und und und, oder? Genau, das ist eigentlich immer derselbe Vorgang. Und heute eben mit der Wachtel. Perfekt. Du leitest mich durch. Was darf ich denn für dich machen? Ja, als allererstes würde ich dich bitten, dass wir eben die Wachtel-Eier, die wir da haben, circa sechs Minuten kochen. Den kochen wir ganz fest. Und da drehen wir gleich mal auf. Gut. Also das wäre eh so eine Frage, die ich nämlich vergessen habe, die Anita zu stellen. Wie tut man denn Wachtel-Ei kochen? Also sechs Minuten dann sind es hart. Sechs Minuten reicht auf jeden Fall. Und wann ist Wachs weich haben, Mechert? Ja, das ist die hohe Kunst beim Wachtel-Ei. Also mit vier Minuten einmal versuchen, einmal eine Probe machen. Da müssen wir ein bisschen drauf kommen. Oder sie legen es ins kalte Wasser ein und lassen es einmal aufkochen und dann angeblich ist das auch immer perfekt. Oder du, ich halte dich nicht vom Arbeiten ab, gell? Du machst es so, wie du glaubst. Gut. Wir machen da jetzt inzwischen eine Velotee. Das heißt, das ist einfach eine Rahmsoße quasi, eine ganz einfache. Und zwar tun wir da einfach ein bisschen unsere Bauernbutter rein. Den bringen wir zum Schmelzen. Dankeschön. Wir haben übrigens alle Rezepte vom Andreas für Sie zusammengefasst auf extra.orfat. Auf unserer Homepage dann alle Rezepte im ORF-Tele-Text auf der Seite 356. Und in der Nachlese ist dann auch alles drinnen. Zutaten, Zubereitung, Foto vom Rezept, Foto vom Andi. Das ist auch. Geh, Fralli. Kommt da jetzt das Mehl dazu? Genau, ja. Da leute ich bitte einfach einmal, ich bin noch fleißig am Rühren, dem einmal eine Dreilöffel rein. Was ist denn das für ein Mehl? Das ist einfach ein normales glattes Mehl. Einer geht leichter. Und eben dann gießen wir mit unserem Geflügel vor auf, den wir da zur Seite haben. Stopp. Vielleicht mag ich schon einmal ganz kurz zeigen, ja. Ja, also das ist auf alle Fälle sehenswert, weil das ist ja nicht irgendein Geflügelfond, sondern auch natürlich mit Wachteln zubereitet. Wie gesagt, Sie können da auch ein Gemüsefond nehmen oder einen ganz normalen Hühnerfond. Was sehen wir da drinnen? Eben die Wachteln. Dann ist, glaube ich, Poire ist drinnen, Sellerie, Karotten. Das war's. Das ganze Wurzelgemüse eben und eben die Karkassen von der Wachtel, dass wir eben alles verwenden, weil es einfach schade ist um die Lebensmittel. Absolut. So wohl. Und jetzt, was brauchst du? Dann gehst du mir da einmal aufheben. Für wie viele Portionen machst du jetzt ungefähr? Wir gehen jetzt einmal auf vier Personen circa. So der klassische, normale Haushalt. Die, das ist dann Einlage, was du da hast? Genau. Da machen wir auch noch einmal Stangensellerie, Karotten und gelbe Rüben. Da hinten eben auch ein Wachtel Fleisch gekocht und in den Würfel geschnitten. Und das nehmen wir dann als super Einlage. Ja, cool. Und da rein, wenn du willst, kann man gerade noch ein bisschen ein Muskatnuss reinreiben. Ja, das mache ich absolut gerne. Schau her. Ich rühre da ein bisschen, dass das Ganze nicht umbrennt. Passt gut? Passt gut. Wunderbar. Ja, fein. Ich würde sagen, die Zeit ist um bei den Eiern. Darf ich es ab sein? Bitte kalt abschrecken. Wunderbar. Ich gebe da inzwischen noch einen kleinen Schuss Sahne dazu. Ein Leuerblatt. So. Da ist immer wichtig bei der Welloté, dass man die auch auskochen lässt. So fünf Minuten sage ich immer, dass einfach der Mehlgeschmack verschwindet. Ich habe die Befürchtung, ich habe die Befürchtung, dass wir die Eier jetzt schön werden. Das ist jetzt die große Herausforderung. Hast du einen Trick? Hast du einen Trick? Ich klopfe sie mir ganz leicht an vielleicht auf der Platte. Und oft einmal geht es, dass man so ein Stück das anbringt. Ich werde mir auch einmal eine schnappen und dann werden wir das schon hinkriegen. Ja, super. Wir sehen uns dann Weihnachten wieder, meine Damen und Herren. Das war wirklich schön. Hat mich recht gefreut. Heute werden wir extra lange Sendezeit haben. Ja, du, ich bin ja nur hungrig gekommen, gell? Aber die darf man dann herauspanieren, oder? Da jetzt in der Suppe nicht. Nein, das geht wunderbar. Ha, weißt du, was der Trick ist? Wenn es da diese dünne Haut, die da drunter ist. Genau, ja. Das ist es, mit der abziehen. Das Wachtel-Ei ist ja an sich um ein Vielfaches gesünder, gell, wie das normale Hühnerei. Ach so. Um einiges weniger Cholesterin und ganz viel Omega-3. Das ist wirklich, wie man heutzutage immer sagt, ein super Food. Ja? Ja. Das habe ich nicht gewusst. So, da ist das Püree auch langsend. Ha, schauen, geschafft. So, du hast da jetzt so einen prächtigen Mixer. Was mache ich, wenn ich nicht so einen prächtigen Mixer habe? Kann ich es mit dem Stabmixer? Mit einem Püree-Stab geht das ganz genau so. Cool. Ja. Dann geben wir es an. Nein, kippen wir das da rein. Ja. So, das geben wir da jetzt alles rein. Wunderbar. So, Silvia, eine Tattele bieten. Die Erbsen alle rein. Gerne. Da einfach dazu, ja? Genau. Alle zählen wir rein, da sparen wir nicht. Bist ja kein Erbsenzeller, oder? Weißt du. Das ist da, das ist da. So, jetzt wird es ein bisschen laut. Ja. Gut, die Suppe ist fein passiert und jetzt dann wir da das Püree machen. Ganz nebenbei hat Andreas Kartoffelpüree gemacht, das wir nun in einen Spritzsack füllen, um wenig später damit unsere Suppe zu garnieren. Andi, danke. Ja, gerne. Ich bin begeistert. Jetzt muss es nicht mehr schmecken, aber da gehe ich davon aus. Magst du mal sagen, was du da gezaubert hast für uns? Wir haben da jetzt eben einmal die Erbsencremesuppe gemacht mit Wachtelfleisch und Wurzelgemüse als Einlager und eben das Wachtlein auf ein kleines Püree noch oben drauf. Also, bitte. Dankeschön. Mahlzeit Ihnen zu Hause. Vielleicht machen Sie es nach und schicken uns dann ein Foto von Ihrer Interpretation. Ein Püree und super. Lass es mir gelten, oder? So fein, so cremig, so ein schöner, frischer Geschmack. Toll. Passt. Das ist genau das Richtige an so einem karten Tag, finde ich. Ja, nach dem Skifahren sowieso. Das nächste Mal gehst du mit dem Skifahren, gell? Ja, da nimm ich dich aber an Bord, gell? Ganz gut. Passt schnell. Hier kommt man kulinarisch voll auf seine Kosten. Bei top motivierten Shootingstars der Gastronomie, die Hand in Hand mit ihren Produzenten vor Ort arbeiten. Inklusive ereignisreichen Pistenspaß am Patscher Kofel. Ja, so lässt sich's leben. Darum hält man dir, Tiroler Land, so gerne die Treue. Die Hand in Hand von der Gastronomie von der Gastronomie von der Gastronomie